hallo und willkommen zurück bei rimworld so wie es aussieht muss hier mal wieder alles angepflanzt werden ich weiß nur hier war irgendwie die seuche und so was mega laus immer wieder ein paar spinnies stimmt hier wir sind immer noch dabei bauteile zu bekommen wir haben auch keinen stahl mehr bambus scheint folgen ja bambus ist voll essen sieht auch gerade nicht so gut aus wie sieht es eigentlich mit den robos aus wir haben gar nicht mehr so viele robos unfähiger koch klingt jetzt nicht so gut gut wie können wir jetzt noch uns irgendwie an bauteile wie können wir bauteile beschaffen hier sogar ein fortschrittlicher zwölf stück brauchen wir hier hier haben wir zugemacht ja die ganzen geschütze sind alle pausiert ja hier fehlen jetzt halt tonnenweise bauteile ne die beiden haben wir drin da wohl hier auch vorbeizuge ist aber die brauchen noch nicht so viele bauteile warum die denn jetzt hier ihren sitz da oben ok den hier reißen wir mal weg das macht schön makaragnus dann bauen wir hier jetzt das lager dafür dran na komm machen wir da eine holztür hin so machen wir hier die zone rein und hier kommen halt imp granaten rein bei stumme das halbieren dass wir hier drei teile haben dann können wir drei amt drei granaten arten dahin machen denn so eine swarmshell finde ich eigentlich auch mal interessant dann kopieren wir uns die hier einmal okay dann tun wir hier mal die schwamm granaten rein und hier napalm oder was nehmen wir probieren wir die neuen waffen da mal aus einen moment jetzt habe ich den timer weg gemacht soo der braucht auch noch bauteile und der hier auch alles braucht bauteile und es kommen einfach keine händler keine händler wollen mich besuchen ich könnte ja wen hier kontaktieren dass sie irgendwie mal einen transporter vorbeischicken moment mal er hat schmieden 1 aber er hat auch bauen 1 alle haben bauen 1 machen wir so da ist doch das schiff sehr schön so jetzt kriegen wir ein paar bauteile egal niedrige gesundheit hin oder her huskies hier sind die tetraslachs so insektenfleisch schon mal weg wir haben ziemlich viel mais so das kommt hier alles weg ich bin immer noch im plus hiervon geben wir mal nichts ab wobei die haben 16.000 weißt du was wir tun den ganzen mais verkaufen hier aber nur den hier so jetzt sind wir bei 11.000 plus so jetzt kommt noch der müll weg noch was zum kaufen nicht wirklich bauroboter zwei stück so so und vorratskapseln mit kupfer drin naja es geht so es wäre aber schön wenn die bauroboter schon mal platziert werden wer baut denn noch darf revan darf revan kommt also nie zum bauen hier deshalb weil er die ganze zeit am meinen war ok der wurde gebaut sehr schön was macht denn darf revan jetzt er baut den hightech arbeit sich sehr schön nochmal ein handelsschiff sehr schön ach ne das maize window so bauteile kopieren einfügen hallo darf maul ok das ist doch derselbe wie gerade hier genau das ist ein anderer direkt wieder bauteile kaufen jetzt mal geben wir auch die wolle her kaufen auch den stahl das geben wir alles mal weg haben wir hier noch physisch jetzt haben wir auf jeden fall wieder ein paar bauteile so wo sind denn hier sind die emp granaten und die napalm shelf nicht he imp jetzt werden hier die ganzen dinge gebaut da muss noch ein stuhl hin gut zu wissen hier was jetzt mit den robos hier warum machen wir mal weg hier tun wir mal wieder mais drauf irgendwer ballert da rum ach so hier ok so nur imp nur imp sehr schön so was ist jetzt hier mit den robotern so jetzt haben wir noch zwei bau roboter sehr schön so die benennen wir nochmal um das sind jetzt drei ne r3 b1 r3 b2 wir brauchen mal mehr waffen und sowas gefangenen nehmen wir auch keine mehr irgendwie oder wir haben eher gesagt noch nie wirklich viele gefangenen genommen wir haben tatsächlich jetzt hier ein paar bauteile rumliegen aber es wurde auch noch nicht alles gebaut schön jetzt zeigt der strahlung steht zumindest nirgendwo aber wenn wir hier so einen strahlungsdetektor nicht dass ich jetzt hier so radioaktive anzüge bauen muss wenn ich jetzt hier so auf die strahlung gehe auch ein silber auch ein silber funktioniert eigentlich imp bei den dingern ich weiß es nicht ich hoffe die gehen hier durch das sind sehr viele ich will meine leute nicht unbedingt in stellung bringen müssen werde ich aber wahrscheinlich müssen zumindest nicht alle wir werden jetzt die tiere sind alle auf tiere wir werden die roboter alle auf gift regen und die person werden wir auch alle auf gift regen wir werden nämlich nicht alle hier hinschicken okay viele gehen auch hier rum darf plieges zum beispiel geht da nicht rum und die sind schon da ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin am da muss ich mich wohl doch nicht bunke machen oh da kommen wir doch noch ganz schön viele da kuin ich doch ganz schön viele da kommen hier doch So, den Leuten gehen wir auch mal wieder unbegrenzt, und wir haben keine Trägertiere mehr. Ja gut, das hier muss ja repariert werden. Na gut, das ist so nah hier dran, dass die das abfangen. Vielleicht sollte ich hier noch so ein Teil draußen hinsetzen. Weiß ich nicht, muss ich nachher mal gucken. Aber es wurde keiner verletzt, die Verteidigung hat funktioniert. So, was macht denn jetzt Makaragnos als erstes? Er sollte schmieden. Beobachten wir mal, was der so macht. Stellt Schutzwesten her. Sehr gut. Wir haben ja jetzt Bauroboter, die bauen können. Müssen wir nur mal gucken, wo die sind. Achso, die bauen jetzt hier die Fallen auf. Sehr schön. Mit Darth Revan zusammen. Wo? Oh scheiße. Oh scheiße. Das ver heute Abend. Zuvor. Ich war. Das hat mich immer geho interim. Ja, das war's noch so. Mas ich muss ja, das war die Bäume, Fähne. sie sind wohl wieder friedlich oder gehen woanders hin wir lassen die also wir werden nicht dafür sorgen dass die weg kommen wir lassen die tatsächlich liegen und bauen außen wir lassen die leben und bauen einfach nur drumherum fallen dass falls sie rauskommen das war zumindest mal ein käferbefall der gar nicht mal so bad war jetzt haben wir natürlich die trades hier nicht gemacht wie sieht es hier mit deinen schutzwesten aus keine ahnung wie sieht es generell mit der forschung aus wer forscht überhaupt noch das war einer wieder durch die falle gegangen also wir haben hier relativ viele die forschung schutzwesten die nicht gute qualität haben das geht ja mal gar nicht wir werden ein paar impi granaten kaufen ein synthetisches herz die impi dinge behalten wir auch mal gerade ok so viele sind hier gar nicht mehr drin irgendwann werden sie da durch kommen ja vielleicht könnte ich mir das auch so als nahrungsproduktion weil insektengel ist ja eigentlich sehr appetitlich wenn ich das richtig mitbekommen habe so noch ein bisschen stahl aus der wand ruppen überall tot hier und deine falle ausgelöst das ist ja bitter ich muss ja mal einen neuen roboter bauen bergbau haben alle auf eins bergbau haben alle auf eins oder sollst du vielleicht doch platt machen weil wäre ja doof wenn die sich hier ausbreiten und dann hier reingehen weil ich glaube die bleiben dann in höhlen ja jetzt haben die hier aufgemacht sobald die hier reingehen haben wir ein problem vielleicht wenn die schlafen bauen wir da mal zu oder so das könnte man mal machen ein legendärer schildgürtel für unsere milis dann reißen wir hier mal kurz die wand ein und bauen wir hier dicht jetzt wenn die alle pennen gehen oh shit ich habe keine ahnung was mit dem da los ist ich ziehe dich zurück ich ziehe dich zurück ich ziehe mich weitermachen oder irgendwas zerstört ich weiß es nicht außer der der robo darf rewan hat die echt gut getankt also das muss man den lassen der hat so viel kassiert und da war noch nicht mal annähernd in der nähe des todes das war nicht schlecht so ich glaube wir haben zwei roboter verloren das war der cleaner aber makaragnos ist schon on the way so dann können wir hier alles neu bauen und die ganzen ressourcen doch rausholen dann bauen wir hier die mauer auch ein bisschen dicker falls das nochmal vorkommt glaube ich zwar jetzt nicht unbedingt r3 b2 r3 c1 und dann würde ich sagen war es aber auch für diese folge und wir sehen uns in der nächsten folge wieder also bis dann chau r3 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 r4 Vielen Dank.